VLOG 2013 Kalenderwoche 42 VLOG diesmal paar tage später sonntag bin ich nicht zum laufen gekommen da war verkaufsoffener sonntag der tolle herbstmarkt in düren laut medien natürlich wieder ein voller erfolg die stadt düren ist sicherlich auch total begeistert ich habe mich gelangweilt däumchen gedreht wie sicherlich manch anderer händler auch die woche war von gemütlichkeit geprägt im wesentlichen dienstag waren es gut zwei stunden und auch am mittwoch da wurden es dann knapp zwei einviertel stunden auch der donnerstag blieb gemütlich allerdings war nicht so lang das waren dann nur gut anderthalb stunden mit den kilometern wollte ich dann einen vorwand haben beim streckenborner lichterlauf gemütlich zu laufen was bei einer 46er zeit dann doch nicht als gelungen betrachtet werden kann zwar dann doch ein bisschen flotter als erwartet die kalenderwoche 42 kam dann auf gut 60 kilometer nein ich bin nicht mehr an der ruhr auch wenn es so aussieht ich bin hier mitten in hochem stammeln das ist dann das was man wohl urban trail nennt versteckte wege in orten das ist jetzt mitten im gewerbegebiet hoch im stammeln naja wieder mal so eine nicht ausgeschüttete sackgasse naja ihr wisst ja was kommt oh Untertitelung des ZDF, 2020